Die ALS Pepper Challenge. Bitte helft euch eure Teilnahme an der Challenge, um auf die tödliche Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen und um Spenden für die Forschung dagegen zu sammeln. Die ALS Pepper Challenge gilt als Nachfolger der Ice Bucket Challenge. Im Internet nominieren sich Stars, Firmen und andere Personen gegenseitig, um an der Challenge teilzunehmen. Es wird eine scharfe Chili gegessen und auf die bisher unheilbare tödliche Krankheit ALS aufmerksam gemacht. Dann tun wir das. Ja, es geht. Ich wurde betrogen. Sie ist gar nicht so, okay, sie es schafft. Ich nominiere gleich mal, bevor ich es nicht mehr kann. Die drei da hinten. Julia, Katrin und Luki. Das geht. 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 Vielen Dank.